Ein maskierter Mann überfällt eine Bank. Doch so ziemlich alles, was schief gehen kann, geht schief. Ein Polizist stellt sich dem Räuber in den Weg. Ein Schuss und der Beamte liegt tot am Boden. Jetzt sieht der Räuber nur noch einen Ausweg. Er verschanzt sich in einem Kindermodengeschäft und nimmt mehrere Geiseln. Ein tödlicher Nervenkrieg beginnt. Willkommen bei Mörderisches Österreich, dem Podcast über historische Kriminalfälle aus eurer Umgebung. Anhand von zeitgenössischen Berichten rekonstruieren wir die größten Verbrechen der Geschichte Österreichs und darüber hinaus. Am Ende gibt es noch den Klugschiss zum Schluss. Mein Name ist Peter und ich bin im Brotberuf Journalist. Tja, ich muss jetzt kurz noch einmal, bevor wir anfangen, auf das Chaos auf dem YouTube-Kanal eingehen. Ja, die Folgen sind durcheinander, weil die Plattform sich weigerte, neue Videos hochzuladen. Darum musste ich einen neuen RSS-Feed für YouTube erstellen. Mein Verdacht ist ja, dass der Fehler dadurch entstand, weil ich einmal das Wort, pass auf, Sex im Titel hatte. Und wer YouTube kennt, weiß, das ist ja eigentlich schon Hardcore-Pornografie. Tatsächlich werden regelmäßig Folgen von mir eingeschränkt in ihrer Sichtbarkeit. Nicht, weil Worte wie Massenmörder, Serienkiller oder sowas vorkommen, nein, das ist ja alles voll okay. Aber sobald es einmal um ein bisschen Gebumse geht, versteht die Monetarisierung überhaupt keinen Spaß mehr. Tja, schöne neue, brüde Welt. So, und jetzt habe ich an der Lautstärke rumgefummelt. Ja, eigenartig. Auch die Technik wagt es permanent, sich mir zu widersetzen. Ich prangere das an. Noch dazu musste ich mit Schrecken feststellen, dass dieser Podcast in manchen Regionen der Welt nicht gehört wird. So gab es in Honduras keinen einzigen Download. Nehmt euch mal ein Beispiel an Guatemala, verdammt. Und auch die Mongolei fehlt mir noch auf der Weltkarte. Also, wenn ihr jemanden dort kennt, schickt ihnen bitte den Link zu diesem Podcast und sagt ihnen, sie müssen eine Minute lang zuhören. Ganz egal, ob sie was davon verstehen oder nicht, das ist ja völlig zweitrangig. Es geht schließlich um den guten Zweck. Schließlich ist mein Plan natürlich die Weltherrschaft. Und die habe ich dann erreicht, wenn es keine weißen Flecken mehr auf der Landkarte gibt. Ja, und wenn ich einmal einen Download aus Nordkorea habe, dann mache ich hier eine Sonderfolge. Mit dieser Drohung dürfte die Stimmung wohl völlig im Keller sein. Aber um sie ein bisschen aufzuheitern, gibt es natürlich nichts Besseres als einen neuen Fall, den wir jetzt gemeinsam auftröseln. Die heutige Geschichte sollte eigentlich eine Gangsterballade mit Wiener Zuschnitt werden. Ein Striezi überfällt aus Geldnot eine Bank. Er will mit den Millionen einfach abhauen, raus aus der Platten, weg von der Unterwelt. Doch es kommt alles anders. Denn unser heutiger Täter ist zwar als Hammerfaust bekannt, die Zuschreibung des Superhirns, die fehlt leider. Aber auch die Polizei stellt sich im heutigen Fall nicht immer besonders geschickt an und das hat sogar tödliche Konsequenzen. Das ist der Fall der Geiselnahme in der Döblinger Hauptstraße. Ein Fall, der bis heute kontrovers diskutiert wird. Ah, so ein Scheiß-Dog. Es ist der 14. Juni 1993, ein Montag. Im Radio läuft All That She Wants von Ace of Bass und What Is Love von Hathaway. Und alle Menschen, die in etwa so alt sind wie ich, haben jetzt einen Instant-Ohrwurm und einen Flashback an Bravo-Hits 7 oder 8 oder so irgendwas. Gern geschehen. Es ist ein sonniger Tag und bald ist Schulschluss und schon kann der Sommer beginnen. Eigentlich ein Tag, an dem nichts schief gehen sollte. Aber mit dem entspannten Frühsommer-Tag ist es in Wien-Döbling um 11.45 Uhr schlagartig vorbei. Denn es wird eine ganze Menge schief gehen. Kurz vor der Mittagspause betritt ein maskierter Mann die Filiale der Bank Austria in der Gatterburg-Gasse 23. Gehört her, schreit der Mann im Wiener Akzent und zieht eine Waffe. Einen Revolver. Er richtet die Waffe auf einen der Bankangestellten, der sich zitternd daran macht, die Kasse zu öffnen und die Banknoten herauszunehmen. Doch dem Täter geht es nicht schnell genug. Er geht rund um die Budel, also den Tresen, und versetzt dem Angestellten einen heftigen Fußtritt gegen die Brust. Der soll sie da wegschleichen. Weil, naja, unser Täter will selbst in die Kasse greifen. Dann geht das Ganze eben schneller, glaubt er. Also stopft er Geldbündel für Geldbündel in seine Sporttasche. Und da geht zum ersten Mal etwas schief. Die Geldbündel sind nämlich mit Alarmpaketen gesichert. Das ist wie im Film, das habt ihr sicher schon einmal gesehen. Dabei wird in Geldpaketen eine Farbladung versteckt. Diese explodiert über einen Zeitzünder, wenn sie aus der Kasse genommen werden. Meistens sind diese Pakete über einem Magneten gelagert und wenn die Bündel dann entfernt werden, ja dann wird der Zeitzünder scharf und der löst dann nach einiger Zeit aus. Das weiß der Täter aber noch nicht. Er stopft immer weiter Geldpaket um Geldpaket in seine Tasche und erbeutet dabei die damals doch sehr eindrucksvolle Summe von 670.000 Schilling. Das sind nach heutigem Geld, Kaufkraftbereinigt, rund 96.000 Euro. Mocker schlechter Stundensatz für 5 Minuten Arbeit. Doch der Zünder des Alarmpakets löst aus und verfärbt den Großteil der Banknoten in einem wunderschönen Blassroser. Ah so ein Schaß. Der Bankräuber greift in die Tasche und beginnt die wertlos gewordenen Scheine auszusortieren, noch während er versucht die beiden Angestellten in Schach zu halten. Die haben natürlich längst den Alarmknopf gedrückt und somit die Polizei alarmiert. Das hat der Bankräuber natürlich nicht mitbekommen, der ist schließlich mit Scheinesortieren beschäftigt. Also sortiert er die Banknoten in brauchbar und unbrauchbar, weil die eben voll mit Farbe sind. Am Ende bleiben ihm nur etwa 100.000 Schilling, also etwa 14.300 Euro übrig. Na so wird das nix mit dem Rechtum. Der Täter flüchtet und zwar mit dem Fahrrad in Richtung Dollingerstraße. Das ist schon mal eine großartige Idee, an einem Montagvormittag mitten in Wien am helllichten Tag eine Bank zu überfallen und dann mit Sturmhaube, Revolver, voller Farbe vom Alarmpaket durch Döbling zu radeln, wo man auf seiner Flucht sicher, na ganz sicher von niemandem beobachtet wird. Aber das wird auch nicht die erste völlig bescheuerte Aktion des Täters bleiben. Und so passiert es natürlich auch. Als der Täter die Bank verlässt und zu seinem Fluchtfahrrad in der Dollinger Gasse läuft, bemerkt er zwei Polizisten, die sich auf den Weg zur Bank machen. Die waren durch den Alarmknopf der Bankangestellten alarmiert und wollten nachsehen, was da los ist. Die Beamten, naja, die bemerken den Mann natürlich, der sich da gerade auf sein Fahrrad schwingt, und nehmen die Verfolgung auf. Halt, Polizei, stehen bleiben. Ja, der ganze Spaß halt. Nach einigen Metern auf dem Fahrrad beschließt der Räuber, dass er zu Fuß bessere Chancen auf eine Flucht hat. Das ist auch seine große Artigete. Er stellt das Fahrrad ab und rennt in Richtung Württgasse. Warum er geglaubt hat, dass er zu Fuß schneller ist als mit dem Fahrrad und dass er zu Fuß den Beamten besser entkommen kann, bitte fragt es mich nicht. Ich weiß es auch nicht. Und das ist bei dem, was jetzt noch kommt, wirklich nur ein ganz kleines Detail am Rande. Der Räuber rennt und biegt in die Württgasse ein. Er läuft weiter in Richtung der Töblinger Hauptstraße. Die beiden Polizisten sind ihm dicht auf den Fersen. Im Laufen zieht der Mann plötzlich seinen Revolver. Dabei verliert er einen ganzen Packen voller Geldscheine. Tja, ging wohl wieder was schief. Auf der Töblinger Hauptstraße kommt gerade Revierinspektor Gerhard Riepel des Weges. Der hatte dort den Schulweg gesichert. Er hörte aber den Funkspruch, dass eine Bank in seiner Nähe überfallen wurde und machte sich dorthin auf den Weg. Da kommt ihm der Bankräuber entgegen, der genau in seine Richtung läuft. An der Ecke beim Kindermodengeschäft Mary stellt sich der junge Polizist dem Täter entgegen. Der Maskierte hebt seinen Revolver und drückt ohne zu zögern ab. Riepel geht zu Boden und ist sofort tot. Der Vater einer fünfjährigen Tochter kommt nicht einmal dazu, seine Waffe zu ziehen. Das wurde also aus dem schnellen Bankraub. Das Geld kaputt oder verloren, von der Polizei verfolgt und jetzt noch einen Beamten erschossen. Mehr kann eigentlich gar nicht mehr schief gehen. Doch es kann noch viel, viel mehr schief gehen. Die Geiselnahme Unser nicht besonders heller Bankräuber, mehr zu seiner Person später, hat wieder einen genialen Plan, wie er seine Flucht fortsetzen kann. Er rennt in das Modegeschäft für Kinder. Da drinnen ist gerade Monika Gründorf dabei, die Auslage zu dekorieren. Dafür steht sie zwischen der Glasscheibe und einer Gitterwand. Das sind nur ein paar Zentimeter Platz, sodass eine schlanke Person eben dort Ware aufringen kann. Die Mitarbeiterinnen können durch einen schmalen Durchgang im Geschäft in diese Auslage hinein. Monika steht eben da gerade in diesem Schaufenster und montiert Metallgitter, auf denen dann die Kleidung aufgehängt wird. In dem Fall ist es übrigens Babykleidung. Sie hört den Schuss auf der Straße und sieht draußen einen Schatten vorbeihuschen. Was ist denn da los? Denkt sich die junge Frau und will die Auslage über diesen schmalen Durchgang verlassen. Da sieht sie, wie ein Mann in das Geschäft stürmt. Er trägt eine Sturmhaube und ist bewaffnet. Er hat Monika nicht gesehen, weil diese Gitterwände teilweise mit Plakaten und Postern beklebt sind. Monika drückt sich zurück in das Schaufenster. Dort ist sie für den Täter, naja, nicht ganz einfach zu erkennen. Sie kauert in dem kleinen Bereich zwischen Glasscheibe und der Gitterwand. Sie traut sich nicht einmal zu atmen. Sie muss ganz ruhig sein. In ihrem Versteck sieht sie, wie plötzlich bewaffnete Polizisten das Geschäft umstellen. Für die ist nämlich nach einem tödlichen Schuss auf einen ihrer Kameraden Alarmstufe rot. Und alles, was verfügbar ist, steht plötzlich in der Töblinger Hauptstraße. Binnen weniger Minuten steht in jedem Fenster der gegenüberliegenden Gebäude ein Polizist. In jedem Hauseingang stehen Mitglieder des Einsatzkommandos. Auf den Dächern liegen Scharfschützen. Und alle richten ihre Waffen auf das Geschäft. Dazwischen kauert Monika. Nur eine mit Postern beklebte Gitterwand trennt sie vom Täter. Dass Monika überhaupt in diese Situation kommt, ist ein richtig blöder Zufall. Sie war als Dekorateurin eigentlich für ganz viele Filialen der Kindermodenkette tätig und kam vielleicht alle zwei Wochen einmal ins Geschäft nach Döbling. Na super. Ausgerechnet heute musste er trautelt aus einem Überfall starten. Monika sieht, wie der Täter ins Hinterzimmer des Geschäfts läuft. Offenbar sucht er nach einem Hinterausgang. Da merkt er, dass das Haus bereits umstellt ist. Und eine Flucht, die kommt nicht mehr in Frage. Selbstverständlich bemerken die Beamten die Frau, die da in der Auslage kauert. Ein Polizist schreibt mit Filzstift auf einen Pappendeckel. Wie geht es dir? Und hält sein improvisiertes Schild hoch. Monika nickt. Das war beruhigend, wird Monika später gegenüber einem Fernsehteam von Puls 4 sagen. Das hat mich wirklich abgelenkt von der Situation. Monika kann sich nur mit Nicken und Kopfschütteln verständigen. Der Polizist stellt ihr weitere Fragen, indem er sie auf einen Karton schreibt und stellt sich dabei gleich noch als Franz vor. Irgendwann schreibt er auf seinen Karton, wenn das alles vorbei ist, dann gehen wir auf einen Kaffee. Dude, das ist entweder die genialste Art, eine Geisel zu beruhigen oder die frechste Form des Anbratens, die mir je untergekommen ist. Egal, es wirkt. Monika muss schmunzeln. Die Polizei hat mittlerweile sämtliche Straßen im Umfeld gesperrt. Das ist auch nötig, weil um diese Zeit ganz viele Schulkinder in der Gegend unterwegs waren. Sämtlicher Straßenverkehr und auch der öffentliche Verkehr müssen angehalten werden. Die Gegend rund um die Döblinger Hauptstraße wird zerniert, wie es im Polizeideutsch heißt. An den Rändern dieser Absperrung sammeln sich hunderte Schaulustige, die sehen wollen, wie sich die Lage entwickelt. Im Inneren des Geschäfts spitzt sich die Lage zu. Monika hockt noch immer in ihrem Versteck in der Auslage. Sie hört, wie der Täter ihre Kollegin, eine Verkäuferin des Geschäfts, anschreit. Sie sieht durch einen Spalt, wie er ihr die Waffe ins Kreuz drückt und mit ihr zur Eingangstür geht. Er will den Polizisten zeigen, dass er jetzt Geiseln hat. Eine Kundin ist gerade mit ihrem sechsjährigen Sohn in der Umkleidekabine. Sie können sich dort noch verstecken. Eine weitere Verkäuferin ist gerade auf der Toilette auf dem Gang. Sie hört, was sich im Geschäft abspielt und kann über ein Stiegenhaus flüchten und wird von der Polizei in Sicherheit gebracht. Vielleicht fragt ihr euch, warum binnen weniger Minuten so viele schwerbewaffnete Polizisten vor Ort waren. Ja, das ist relativ leicht erklärt. An diesem Montag im Jahr 1993 fand in Wien eine Konferenz der UNO statt und die wurde von einem Großaufgebot der Polizei gesichert. Tja, lieber Räuber, da hättest du mal vorher ein bisschen besser recherchieren müssen, bevor du einen Banküberfall begehst, wenn quasi alle Beamten aus ganz Österreich an diesem Tag in Wien sind. Und wie das so ist mit Bewaffneten, Verzweifelten und leider auch nicht ganz hellen Tätern, sie werden unberechenbar. Und unser Räuber, der war mehr als nur unberechenbar. Servus Robert. Obwohl mittlerweile selbst der Polizeipräsident Günter Bögl vor Ort ist, übernimmt die Einsatzleitung ein Polizist, der sich mit solchen Geisellagen auskennt. Oberst Friedrich Maringer hat schon in ähnlichen Situationen mit Geiselnehmern verhandelt und sie unblutig beenden können. Maringer ist einer, der Geiselnamen mit Verhandlungen lösen kann. Und was tat der Polizeioberst, der von allen nur Fritz genannt wurde? Er greift zum Telefon und ruft im Kindermodengeschäft an. Im Inneren hebt der Täter ab. Servus, da ist der Fritz, meldet sich Maringer. Was genau der Täter gesagt hat, ist nicht klar. Aber Maringer erkennt den ausgeprägten Wiener Dialekt des Täters und anhand seiner Wortwahl und seiner Sprache schließt der Oberst, dass es sich um einen klassischen Wiener Unterwäldler handeln muss. Na, anstriez ich hohe. Die Polizei weiß zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass sie es mit Robert Sedlacek zu tun haben. Das werden sie erst später herausfinden. Sedlacek galt als klassischer Vertreter der Plotten, wie sie die Schmutzerburm und der rote Heinzi aufgebaut hatten. Sedlacek war Zuhälter, Mitglied der Gürtelpartie, brutaler Schläger und ein Saugerl. Er verlieh also Geld beim illegalen Stoßspiel an die Spielenden. Zu horrenden Zinsen, versteht sich. Er machte sich einen Namen, indem er zum Beginn seiner Karriere so ziemlich alle Großen der Wiener Unterwelt ordentlich verprügelte. Auch z.B. einen Wesseli Bernd, Big Player und Chef des illegalen Stoßspiels und einiger Bordelle, bekam von dem Herrn Sedlacek im Café Zoo in der Vereinsgasse ordentlich aufs Maul, schreibt der selbsternannte Strichphilosoph und ehemaliger Stritzi Fredi Rabak. Doch Wesseli rächte sich. Mit hartkräftiger Hilfe seiner Partie lauerte man Sedlacek auf und vor der Wiener Stadthalle bekam der Gangster erstmals in seiner Karriere einen ordentlichen Niederschlag. Später freundete sich Sedlacek mit dem Wiener Unterweltboss an, der ihn gerade noch vermöbelt hatte. Naja, Sedlacek wurde in der Unterwelt auch Hammerfaust genannt. Tja, zur Hammerfaust hat's gereicht, zum Superhirn leider nicht. Der Täter weiß nicht, dass sich die 25 Jahre junge Monika noch immer in der Auslage versteckt hält. Das Einsatzkommando, damals hieß das noch Alarmgruppe, vereinbart mit dem Täter, dass sie sich nähern und den niedergeschossenen Polizisten retten dürfen. Dass der Revierinspektor längst tot ist, verschweigen sie dem Täter aus gutem Grund. Wenn der nämlich wüsste, dass er einen Polizisten erschossen hat, hätte er plötzlich nichts mehr zu verlieren. Also wird so getan, als sei Gerhard Riepel noch am Leben. Die Einsatzkräfte zerren seinen toten Körper vom Eingang weg. Monika, die ja immer noch in der Auslage sitzt, sieht den Toten und bekommt plötzlich Panik. Du musst ruhig sein, du darfst nicht schreien, sagt sie sich selbst. Dabei kommt ihr dein eigenes Atmen schon so laut vor, wird sie später berichten. Wieder läutet das Telefon. Was er will, fragt Maringer, den Täter. Der Kreiselnehmer verlangt, was typisch für einen Wiener Gangster ist. Bier und Chick. Maringer stimmt zu. Der Oberst geht mit einer Dose Bier und Zigaretten zum Geschäft und wirft sie über ein Fenster hinein. Auf Videoaufnahmen von damals ist Maringer zu sehen, wie er im weißen Hemd, kurzärmelig, da steht und durchs Fenster schreit, HOSTERS! Maringer nimmt auf dem Weg die Dienstwaffe des toten Polizisten mit. Die lag immer noch vor dem Geschäft. Die erste Dose Bier war übrigens alkoholisch. Alle weiteren, und er sollte noch einige verlangen, waren alkoholfrei. Die Polizisten wollten nämlich nicht riskieren, dass sich der Kreiselnehmer in dieser gefährlichen Situation betrinkt, denn das hätte die Lage wohl nur weiter verschärft. Außerdem hatte Maringer den Verdacht, dass sich der Täter möglicherweise besaufen will, um vor Gericht auf unzurechnungsfähig plädieren zu können. Auch diese Rutsche wollte er dem Geiselnehmer nicht legen. Also bekam unser Täter nur mehr alkoholfreies Dosenbier. Aber er hat es in der Aufregung eh nicht bemerkt. Stundenlang geht das so hin und her. Maringer bringt Bier und telefoniert zwischendurch mit dem Geiselnehmer. Zermürbend, aber die Lage scheint unter Kontrolle. Naja, zumindest bis sie es nicht mehr ist. Die Situation eskaliert. Zwei Stunden schon hockt Monika in ihrem Versteck. Sie hört das Ticken ihrer Armbanduhr. Das macht sie langsam wahnsinnig. Der Täter hat mittlerweile das Radio eingeschaltet und hört die Nachrichten. Dort wird die Szenerie in Döbling ausgiebigst geschildert. Scharfschützen auf den Dächern, ein Kindermodengeschäft umstellt. Ein Großaufgebot der Polizei, angespannte Verhandlungen. Aber noch ein Detail wird in den Nachrichten erwähnt. Nämlich, dass sich eine Dekorateurin im Schaufenster versteckt hält. Nein, nicht nur unser Täter hat sich eine Auszeichnung für den Hirnriss der Woche verdient. Auch die Radioredaktion hat sich ausgezeichnet, weil sie haben jetzt noch eine Person in Lebensgefahr gebracht. Als wäre das nicht genug, bemerkt Zettlercheck auch noch, dass sich eine junge Frau und ihr Sohn in einer Umkleidekabine versteckt halten. Der Täter selbst hält sich nur im Hinterzimmer des Geschäfts auf. Zu groß ist seine Angst vor den Kugeln der Polizei. Seitdem ihn die Verkäuferin, Brigitte, also die Einzellinzige, die er bisher als Geisel hatte, darauf hingewiesen hat, dass überall diese Scharfschützen sind, hat er irgendwie Vertrauen zu der Frau gefasst. Und er ist auf einmal sogar ein wenig freundlich. Er schickt Brigitte, also die Verkäuferin, los. Sie soll Monika aus ihrem Versteck holen. Monika kommt mit erhobenen Händen aus der Auslage gekrochen und sagt in ihrer Panik zum Geiselnehmer ganz höflich, Guten Tag. Zettlercheck erwidert, Servus. Der Geiselnehmer merkt, dass Monika vor Angst zittert. Er sagt ihr freundlich, dass sie sich beruhigen soll. Die beiden Frauen versuchen weiter, das Vertrauen von Zettlercheck zu gewinnen. Die Geiseln bieten ihm an, mit ihm hinauszugehen. Den Frauen gelingt es tatsächlich, den Geiselnehmer zum Reden zu bringen. Zwischendurch wird wieder mit der Polizei verhandelt und Maria kann den Täter überreden, dass er die Mutter und ihr Kind zumindest freilässt. Und das tut er auch. Alles teutert darauf hin, dass diese Situation friedlich gelöst werden kann. Aber Zettlercheck wusste nicht, dass der von ihm angeschossene Polizist tot war. Der Geiselverhandler Maringer hatte ihm auch mehrmals erzählt, dass es dem Polizisten gut geht und er maximal mit Körperverletzung oder einer milderen Strafe davon kommt. Aber um 15 Uhr laufen erneut Nachrichten im Radio und natürlich ist nur von der Geiselnahme die Rede. Wieder ist es verantwortungslose Berichterstattung, die alle Beteiligten in Gefahr bringt. Und das sage ich als Journalist. Was damals in den Medien passierte, war an Dummheit fast nicht mehr zu überbieten. In den Nachrichten wird nämlich verkündet, dass der Polizist tot ist und das, obwohl Maringer selbst die Medien gebeten hatte, das nicht zu erwähnen, weil es ihm eben die Verhandlungen gefährdet. Zettlercheck, der Geiselnehmer, weiß nun also, dass er nicht nur wegen einer Geiselnahme und einem Banküberfall einsetzen muss, sondern dass ihm der Frack droht, sprich lebenslänglich. Jetzt hat er nichts mehr zu verlieren. Und er weiß auch, dass Maringer lügt. Denn der Beamte hatte, wie ich es schon erwähnt habe, immer wieder erklärt, dass es dem angeschossenen Polizisten ja eh gut geht. Tatsächlich lag seine Leiche immer noch auf dem Gehsteig. Aufgeben macht jetzt keinen Sinn mehr, soll er Monika und Brigitte gegenüber gesagt haben. Er weiß, was mit Polizistenmördern im Gefängnis passiert. Lebend geht er nimmer raus, sagt er den beiden Geiseln. Zettlercheck spricht mit Maringer. Maringer versucht ihm das auszureden. Er weiß, das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn eine Geiselnahme mobil wird. Sprich, wenn der Täter mit einer oder mehreren Geiseln flüchten kann. Dann hat man nämlich als Polizei die Lage überhaupt nicht mehr unter Kontrolle und kann einfach alles schief gehen. Doch der Geiselnehmer besteht darauf. Maringer versucht, den Täter hinzuhalten. Ja, wir machen das ja. Nur das zirkt sich wie ein Strudeltag, bis wir zu der Marie kommen, sagt Maringer zum Geiselnehmer. So, und wenn ihr das jetzt nicht verstanden habt, das zirkt sich wie ein Strudeltag ist eine klassisch österreichische Formulierung. Das heißt so viel wie, ja, es dauert. Und die Marie ist das Geld. Also es dauert einfach, bis die Polizei an diese Million Schilling herankommt und bis sie das Geld beschafft haben. Das ist das, was der Oberst Maringer dem Geiselnehmer da sagt. Zettlercheck verlangt außerdem, dass sich die Polizisten zurückziehen. Maringer fragt ihn, na und was machst du dann? Geiselnehmer, gar nichts, die machen mich nervös. Noch österreichischer könnte eine Geiselverhandlung einfach nicht laufen. Und auch wenn das alles recht lustig klingt, aber der Nervenkrieg dauert bis 18 Uhr. Monika, die Dekorateurin, die im Schaufenster gesessen ist, die hält das nicht mehr aus. Lass uns gehen oder mach der Sache ein Ende. Das soll sie laut eigenen Angaben zu dem Geiselnehmer gesagt haben. Zettlercheck hat irgendwie Mitleid mit den beiden Damen. Der Geiselnehmer war selbst schon zermürbt und nervlich am Ende und hat auch viel geweint. Er ruft Maringer, den Polizisten, an. Ich lasse die beiden Frauen frei, sagt er. Brigitte geht als Erste, dahinter Monika. Hinter ihnen steht Zettlercheck. Die Waffe in der rechten Hand, die Bierdose in der linken. Die beiden Geiseln gehen zur Tür. Ich wusste nicht, wie er reagiert. Ich dachte, gleich schierst er, wird Monika später sagen. Aber Zettlercheck schießt nicht. Beide Geiseln sind frei. Und Zettlercheck bleibt alleine in dem Geschäft. Auch die Kollegen von Maringer sind natürlich auch schon zermürbt. Aber, naja, immerhin ist diese Aktion jetzt erfolgreich. Die beiden Geiseln sind frei. Um sie aufzumundern, sagt er, Burschen, gleich gehen wir haben. Doch so weit sollte es nicht kommen. Maringer ist sich aber sicher, dass der Geiselnehmer nach über sechs Stunden Verhandlungen aufgeben wird. Maringer geht vor das Geschäft und er spricht von der Ecke aus mit dem Geiselnehmer. Also er schreit eigentlich ins Geschäft hinein. Schmeiß die Waffen weg und komm raus, sagt er. Maringer ist sich sicher, dass er Zettlercheck jetzt geknackt hat. Der Polizist nimmt die Hände hoch, geht zum Eingang des Modengeschäfts und stellt sich dort ganz offen hin. Ein gewaltiger Fehler, wie sich herausstellt. Einige Sekunden steht er da, da fallen zwei Schüsse. Maringer taumelt zur Seite. Er greift sich an die Brust, stürzt und bleibt auf der Straße zwischen zwei Autos liegen. Verdammte Scheiße, hört man einen Beamten mit starkem Tiroler Dialekt auf den Videoaufnahmen fluchen. Der Verhandlungsleiter, der Geisel-Experte, liegt niedergeschossen vor dem Geschäft. Zwei Beamte eröffnen das Feuer auf das Geschäft mit ihren Maschinenpistolen. Ein Mitglied des Einsatzkommandos stürmt zu Maringer hin und zieht ihn aus der Schusslinie. Auch er feuert dabei immer wieder seine Waffe ab. Das Sperrfeuer soll den Täter dazu zwingen, in Deckung zu gehen. Die Einsatzabteilung will Tränengasgranaten ins Geschäft werfen, aber, und ich habe mir das nicht ausgedacht, die Granaten prallen am Schaufenster ab. Plötzlich beginnen einige Polizisten auf die Boutique zu feuern. Immer mehr Beamte schießen, bis alle ihre Munition verballert haben. Max Edelbacher, der legendäre Wiener Ermittler, war ebenfalls vor Ort. Er beschreibt die nun folgenden Szenen so. Es setzt ein wahrer Feuersturm der Sicherheitswache ein. Noch ein getöteter Kollege, das war zu viel. An die tausend Schüsse werden auf das Geschäft abgegeben. Es waren nicht an die tausend, es waren übrigens mehrere tausend. Ziel des Feuers war ursprünglich, eigentlich das Schaufenster zu zerstören, um die Tränengasgranaten hineinwerfen zu können. Das haben manche Beamte falsch verstanden und ihrerseits das Feuer eröffnet. Unter dem tausenden Applaus der Schaulustigen. Das klang dann so. Das ist ein Schäulustigen. Das war jetzt übrigens nur ein kleiner Auszug vom Ende des Geballers. In Wahrheit hat die Schießerei deutlich länger gedauert. Als sich der Pulverdampf verzieht, bereitet die Polizei die Erstürmung des Geschäfts vor. Doch durch das Dauerfeuer und die Tränengasgranaten bricht in dem Kindermodengeschäft plötzlich ein Feuer aus. Ein Einsatztrupp des Alarmkommandos stürmt trotzdem das brennende Gebäude. Sie finden den Täter. Er ist tot. Er hat sich seinen Revolver in den Mund gesteckt und abgedrückt. Von den tausenden Kugeln der Polizei hat ihn keine einzige getroffen. Robert Sedlacek wurde 41 Jahre alt. Oberst Maringer wird vom Notarzt versorgt. Er lebt. Der erste Schuss aus dem .357er Magnum Revolver verfehlte Maringer und ging in den Türstock. Der zweite Schuss traf Maringers dickes Handy in der Brusttasche. Vielleicht seid ihr auch so alt wie ich und kennt noch diese riesigen Mobiltelefone von damals. Der dicke Akku hatte die Kugel gebremst. Sie hatte die Haut nur oberflächlich verletzt. Das Geschoss war nämlich beim Aufprall auf das Handy fragmentiert und hat dem Maringer einen Kratzer zugefügt in Wahrheit. Das Foto von Maringer, wie er auf der Bahre liegt und den Daumen hochreckt, ging um die Welt. Am nächsten Tag war der Ermittler wieder im Einsatz. Spurlos sind die Ereignisse in der Töblinger Hauptstraße aber auch an ihm nicht vorübergegangen. Bis heute träume ich davon, dass eine Pistole auf mich gerichtet wird und ich gleich sterben werde, sagte Maringer in einem Interview im Jahr 2016. Vor allem das Dauerfeuer der Polizei wurde im Nachgang heftig kritisiert und gilt bis heute als Beispiel, wie man es nicht macht. Das Vorgehen der Polizei wird sogar im legendären Thüringer Film Hinterholz 8 auf die Schippe genommen, der ja ein paar Jahre später erschienen ist. Dort verschanzt sich der Protagonist in einem Fertigteilhaus. Der Verhandlungsführer der Polizei erklärt ihm darauf hin, dass man gleich das Dauerfeuer eröffnen werde. Sollten sie ihn dabei nicht treffen, bittet der Polizist den Täter doch bitte so nett sein, er möge sich doch bitte selbst erschießen. Was natürlich eine klare Anspielung an die Ereignisse von 1993 ist. Dass ein solches Vorgehen heute eher nicht mehr vorkommen würde, das bestätigen sogar Beamte, die vor 30 Jahren dabei waren. Zitat, naja, das war Polizei-Steinzeit. Danach wurde die Taktik bei solchen Einsätzen völlig neu aufgestellt. Die Ausrüstung der Ermittler wurde verbessert. Damals gab es noch nicht einmal ausreichend kugelsichere Westen. Und es wurden für die Aufnahme in die Sondereinheit Vega neue Kriterien festgelegt. Und es gibt sogar eine eigene Wiener Schule, also eine Art Lehrbuch-Vorgehen, wie man mit Geiselnehmern verhandelt. Klugschiss zum Schluss. Verhandlungen mit Geiselnehmern. Am 21. Juni 2018 floh ein Mann in Wien, Herrnals, vor der Polizei, die ihn aufgrund eines Haftbefehls festnehmen wollte. Er stellte sich auf das Dach eines Wohnhauses. Dort warf er Dachziegel auf die Straße und auf die Polizisten. Ich habe diese Szenen damals live im Fernsehen gesehen. Es war großartig. Ein Mann steht da eben oben und wirft Dachziegel auf die Polizei. Und daneben steht ein Schaulustiger und schreit die ganze Zeit nur, schreierst du ja mal ober! Es war herrlich. Der Mann war wegen zweifachen Raubs, zweifacher Körperverletzung und Sachbeschädigung angeklagt. Die Polizei setzte damals eine Spezialeinheit ein, bestehend aus der Verhandlungsgruppe VG, der Vega, die Cobra, der Feuerwehr und Seiltechnikern. Ein Polizist versuchte den Mann von einer Feuerwehr-Teleskopbühne aus zu beruhigen, jedoch ohne Erfolg. Schließlich konnte der Mann überwältigt und festgenommen werden. Das ist nur ein Beispiel, dass heute solche Lagen deutlich professioneller gehandhabt werden. Ich meine, Seilexperten dazu holen, wie man sich da abseilt und so, das wäre natürlich 1993. Ja, das gab es da einfach noch gar nicht. Die Verhandlungsgruppe Wien besteht aus 24 Spezialisten und wird in besonderen Fällen wie Entführungen, Geiselnahmen oder Suizidversuchen eingesetzt. Der Leiter der Gruppe ist übrigens ein Oberst namens Gerhard Winkler. Der betont immer wieder die Bedeutung einer empathischen und psychologisch geschulten Vorgehensweise und zwar zu einer gewaltfreien Konfliktlösung. Die Ausbildung der Verhandlungsgruppenmitglieder umfasst psychologische Grundlagen und spezielle Gesprächstechniken, zum Beispiel das aktive Zuhören. Winkler beschreibt, dass Verhandlungen oft sehr belastend sind und eine hohe Verantwortung mit sich bringen, weshalb nach Einsätzen, Nachbesprechungen und psychologische Unterstützung angeboten werden. Und vor allem die Mitglieder der Verhandlungsgruppe sind speziell darauf geschult. Früher haben das einfach irgendwelche Beamten gemacht. Die Haupttechnik dieser Verhandlungsgruppe ist jetzt nicht irgendein Scharfschützengewehr oder sowas, sondern wirklich nur das aktive Zuhören und zwar, wie es der Psychologe Carl Rogers entwickelt hat. Dabei ist es wichtig, empathisch und authentisch aufzutreten und dem Täter Akzeptanz gegenüberzubringen. Das Wichtigste dabei ist eben, eine Vertrauensbasis mit dem Täter herzustellen. Dazu gehört es auch, dass man den Täter in dieser Extremsituation stabilisiert, also ihn beruhigt. So Teilzeit-Rambos kann man da eben nicht gebrauchen. Dass dieses Konzept funktioniert, das wurde schon mehrfach bewiesen. 2007 kam es nämlich zu einer Geiselnahme in einer Filiale der Bawag. Die konnte nach fünf Stunden friedlich beendet werden. Im Prinzip nur durch gutes Zureden. Na schau. Und wenn man dem Täter dafür dann auch noch ein bisschen ein Bier bringen muss, ja, dann macht man das halt auch. Das dumme Verbrechen So Lalle, und zum wirklichen Abschluss habe ich mir gedacht, das habe ich hier schon letzte Folge auch mal erwähnt, ich mache so eine lose Rubrik dumme Verbrechen, Geschichten, die mir halt so unterkommen. Dabei möchte ich euch Verbrechen präsentieren, die von besonderen Gescheiterln und Hirnnedeln begangen wurden. Das muss jetzt nicht zwingend aus Österreich sein. Dumme Verbrechen passieren einfach überall und nicht nur hier bei uns. Heute ist es ein Fall aus den USA. Ein Dieb, also ein Einbrecher namens Nicholas Wigg, war in ein Haus eingebrochen, in dem niemand zu Hause war. Er durchwühlte das Haus, nahm Bargeld, eine Kreditkarte, eine Armbanduhr und einige Wertgegenstände mit, also alles, was er so finden konnte. Dabei machte er jedoch einen entscheidenden Fehler. Aus irgendeinem Grund hielt er es für eine kluge Idee, sich während des Einbruchs mit seinem eigenen Facebook-Account auf dem Computer des Opfers einzuloggen. Und natürlich hat er vergessen, sich wieder abzumelden. Der Hausbesitzer kam einige Zeit später nach Hause, fand die Spuren des Einbruchs und entdeckte mit Überraschung, dass der Täter offenbar seinen Computer benutzt hatte. Als er den Browser öffnete, war Wigg noch in seinem Facebook-Profil angemeldet. Naja, so konnte die Polizei leicht den Namen und die Informationen des Einbrechers herausfinden. Also, in der Situation Polizister sein, stelle ich mir auch ziemlich lustig vor. Als die Polizei Wigg kurze Zeit später festnahm, trug er sogar noch einige der gestohlenen Gegenstände bei sich. Naja, Wigg gestand den Einbruch und erklärte später, dass er einfach dumm gewesen sei. No shit, Sherlock. Der Facebook-Dieb wurde für seine Tat verurteilt und der Fall verbreitete sich weltweit als Beispiel dafür, wie ein dummer Fehler einen Kriminellen entlarven kann. Tja, ich an meiner Stelle verleihe dem Herrn hiermit ganz offiziell den Ignaz der Woche. Ja, und das war sie, die 77. Episode von Mörderisches Österreich. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann könnt ihr mir auf cdhq.com slash mörderisch einen Euro oder zwei oder drei oder viele Tausend, das werden wir natürlich am allerliebsten, in den Hut werfen. Danke an Sabina, Michaela und Nico, die diesen Podcast neu unterstützen. Keine Sorge, die ersten 30 Tage als Mittäterin oder Mittäter sind kostenlos und ihr erhaltet die aktuelle Folge immer einen Tag früher als alle anderen und das ganz ohne Wärmung. Auf Steadic könnt ihr auch den Newsletter abonnieren, da bekommt ihr noch kostenlos Bonusmaterial zu den Fällen. Diesmal sind es eben Fotos von der Polizeisperre in der Tüblinger Hauptstraße. Wenn euch ein monatliches Abo zu viel ist und ihr nicht noch einen Abbucher auf eurem Konto gebrauchen könnt, dann könnt ihr mir via paypal.meatmoepodcast, nur dass ich es rauskriege, eine kleine Spende zukommen lassen. Paypal.meatmoepodcast. Feedback zu den Episoden könnt ihr mir in Form von Reviews auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo ihr Podcasts bewerten könnt, hinterlassen. Am liebsten nehme ich da natürlich auch ganz viele tausend Sternchen, also am besten die fünf oder die Bestnote natürlich. Ihr könnt natürlich auch persönlich mit mir in Kontakt treten, indem ihr mir einfach eine Nachricht auf Steady schreibt oder am besten ihr schreibt mir einfach eine E-Mail an mösterreichpodcast.gmail.com Schaut auch gerne auf YouTube vorbei, dort könnt ihr den Podcast irgendwie anschauen. Ja, es ist in Wahrheit wird nur das Logo eingeblendet, es ist halt, es ist und bleibt ein Podcast. Außerdem ist da die Reihenfolge durcheinander, aber das habe ich eh schon eingangs erklärt. Sorry dafür, es ist nicht in meiner Macht, das zu ändern. Danke YouTube an dieser Stelle nochmal. Und wenn ihr von dem ganzen Mord und Totschlag hier auf diesem Kanal einmal eine Pause braucht, dann hört doch mal bei der Steuerfrau rein. In diesem Podcast spreche ich mit einer echten Steuerfrau über ein Thema, von dem ich keine Ahnung habe, nämlich Segeln. Die Fachfrau erklärt, wie das Leben auf Ruher See funktioniert und ich stelle meist dumme und oder unpassende Fragen. Die aktuelle Folge ist übrigens live von den Kanarischen Inseln aus einer Werft, wo gerade das Boot repariert wird. Ganz spannend. Tja, und die nächste Folge von Mörderisches Österreich erscheint in zwei Wochen überall, wo ihr die besten Podcasts bekommt. Am besten schaut ihr einfach auf mörderisch.simplecast.com. Dort findet ihr alle Episoden ganz übersichtlich und sogar sortiert, aufgelistet. Etwas, das YouTube natürlich nicht zusammenkriegt. Aber alles ganz übersichtlich, die Folgen in chronologischer Reihenfolge. Da könnt ihr von Folge 1, dem Schlechter, da von Raps bis jetzt Episode 77 alles in einem Rutsch einfach durchhören. Auf Social Media gibt's Mörderisches Österreich natürlich auch. Schaut zum Besten auf Instagram vorbei unter MOE Podcast. Da gibt's dann ganz lustige Bilder von, eigentlich hauptsächlich von meinen Katzen. Aber, ja, das lenkt das ein bisschen ab von den ganzen Gemorde und Grausliche hier. Naja, mir bleibt jetzt nur, euch Danke fürs Zuhören zu sagen. Trinkt bei Geiselnahmen kein alkoholfreies Bier oder nehmt am besten überhaupt keine Geiseln. Das wäre schon mal ein guter Anfang. Danke fürs Zuhören. Bussi. Baba.